Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 4. Wir sind immer noch in diesem Hauptquartier hier. Und... Boom! Wir müssen uns jetzt beeilen, hier rauszukommen. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit. So, Kronos-Schlüssel. Den haben wir jetzt hier wieder rausgefischt. Na? So, und zum Glück habe ich diesen Sprung gleich wieder gekauft. So, ich glaube wir müssen hier rüber. Ja! Gut, und jetzt müssen wir die Scheiße hier wieder anhalten. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Und hier gibt es einen kleinen Trick. Bäh! Den ich jetzt nicht gleich geschafft habe. Und ich weiß auch nicht mehr richtig, wie er geht. Nein! 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 Ich glaube, dass... Ja! Ja! Genau! So! Och! Och, komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Gut, wir haben es geschafft. Wir sind hier Leben durchgekommen. Mehr wollte ich gar nicht. So! Wir haben zwar nicht mehr viel Leben, aber was soll es? So, Festhalle. So, wir mussten schon mal Swordmaster aus. Denn hier kommen jetzt wieder Gegner. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja! Ritter! 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 Nicht mal Bossritter, aber es ist unmöglich. Ihr denkt wohl, ich bin einfach zu sehen, was? Ja, ihr irrt euch. So, du bist dran. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Und... Boom! So, ach, der ist schon down. Aha! Die Kombo überlebt ja wohl nicht. Nein, hey! Mensch! Boom, boom, boom. Autsch! Autsch! Das tut weh! Ey, Mensch! Verdammte Scheiße! Ja, aber jetzt! So, jetzt... Och, komm schon! Wie viel kommt denn hier? Okay, du hast es nicht anders gewollt, mein Freund. Oh mein Gott, oh mein Gott, der kommt! Neun! Ein Anführer. Ein Führerritter! Neun! Was sollen wir noch tun? Es ist ein Führerritter. Stierp! Boom! Er lebt noch. Nein! Das darf nicht wahr sein. Nicht mehr lange. Oh, oh, oh! Boah! Ich hasse diese komischen, stinkenden Führerritter. Wie noch was? Dann komm schon. So, jetzt sei aber down. Das überlebt er nicht. Komm schon, komm schon, komm schon! Boom! Damit wäre das auch mal geschafft. Ja, wir hauen jetzt hier natürlich erst mal wieder die Sachen kaputt. Ist ja klar. Boom! Boom! Und zack! Und boom! So. War hier nicht was? Oh, was, oder? Nein, hier war nichts. Und das können wir ja nicht machen, weil das jetzt blau ist. Und das können wir nur mit Nero machen. Hey! Wie ist das denn da los? Wir scheinen gerade rechtzeitig hier rausgekommen zu sein. Sehr knapp. Und das Hauptquartier? Scheinen seine Einzelteile zu zerfallen. Große Albumbrücke! Yay! Yay! Die kennen wir doch. Große Albumbrücke. Das war da, wo ich gegen... gegen Kratos so gefehlt... gefehlt hab. Das war ja schon nicht mehr schön. Ach ja, das ist ja schon so lange her. Nicht. Ja gut, das kommt eigentlich darauf an, wann ihr dieses Video seht. Okay, wir laufen jetzt einfach mal den ganzen langen Weg über die Albumbrücke zurück. Dopp, 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 dopp. Gnock, 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 gnock. Ah, und? Ah. Hier ist wieder dieses... Wohltuende Lüftchen, das von irgendwoher kommt. Ach, ich bin froh, endlich wieder Dante spielen zu können. Mit dem spiel ich irgendwie lieber. Bam! Der ist cooler. Und geht ab. Und so richtig boom und zack. Ha. Nein. You order the sword, huh? Yes. Are you familiar with them? Sorry. Religion and I don't mix. It's a small congregation that gathers in the castle town of Fortuna. I guess the only people who would have heard of it are the ones who take interest in this type of thing. Like you. Exactly. So just how much do you know about Sparta? Well, from what I can figure, there's a lot of confusion surrounding them. Mmm. Pizza. Mmm. Om nom 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 nom. The people who live there today take these legends as truth and worship him. Just like a god. They worship a demon as a god? Peaceful worship can't be condemned. But the real problem is the order. Lately, they've been running amok, catching demons, and have even butted in on some of my jobs. Maybe they're starting a zoo. Not just demons. They've also been targeting devil arms. Like the ones you have. Okay, then. A museum. So what? Well, what if their intentions are foul? And there's a diabolical plan behind these apparently random acts. Well then, I'd have something to keep me occupied and... Trish! Trish! Ach ja, die Anfänge. So, wir haben einen guten A-Rang. Ist nicht schlecht. Könnte besser sein. Aber schlecht ist es auch nicht. Gut, Leute. Ähm, wir speichern wieder. Wie immer. Inhalte werden gespeichert. Und machen natürlich gleich weiter. Nee, nee, nee. Der Teufel kehrt zurück. Schlagen Sie den Drachen zurück, der das Böse im Wald verbreitet. Na, diesen Drachen kennen wir doch nicht. Die Kraft des Meisters des Waldes hindert dich an der Flucht. Okay. An der Flucht. Ich hoffe, es kopiert. Ähm. 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 Äh, äh, äh. Stile. Ganz länger. Boah. 5.600. Boah. Teuer. Aber das lohnt sich. Es lohnt sich. Glaub mir. Äh. Wir haben ja hier schon wieder richtig viel. Ich würde mal sagen, wir kaufen mal wieder so eins. Und wir kaufen mal so eins. Jetzt sind wir hier mal wieder etwas gepusht. Und können weitermachen. So, wie ihr seht. Ist hier jetzt überall dieser ekelhafte Smog. Und wir kommen nicht überall. Mit den normalen Wegen wieder zurück. Das heißt, wir müssen einen ganz bestimmten Weg gehen. Und diesen Weg weiß ich leider nicht. Hahaha. Wer hätte das gedacht, dass ich das sage. So, stirb. Boom. Okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Die nächsten. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat ihn gegessen. Nein. Stirb, 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 stirb. Okay, das dauert nicht zu lange. Ähm... Hier irgendein... Ja, da geht's doch gut. Da kann man doch rumlaufen. Ja. Zack! War hier nicht irgendwo was? Was war denn hier? Ach, hier ist... Da bin ich nicht. Da falle ich ja runter. Dummdi-dumdi-dum. Ach, guck mal. Wie es waren die Viecher hier. Komm, komm her, du Fisch. Oh mein Gott, da ist schon wieder eins ausgeschlüpft irgendwo. Aber wo? Hä? Hä? Egal. Egal. Was soll's? Was soll's? Boom! Du lebst ja noch hier. Bam! Jetzt nicht mehr. Also gehen wir einfach mal hier rein. Mrap, 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 mrap. Tal des Windes. Wuhu, wuhu, wuhu. Zack! Gut, abwärts. Gegner. Gegner. Komm schon her. Keine Gegner. Doch, Gegner. Das war ja klar. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir hier wieder einen neuen, ja, einen neuen Gegnertypen zu sehen bekommen. Und zwar unsere Raptoren-Freunde. Mit Pflanzen auf dem Korb. Yay! Das kann denn nur scheiße werden. No Mist. No Mist. Auatsch. 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 Oh mein Gott. Eine startet hier schon richtig. Oh mein Gott. Die starten hier schon richtig durch. Wasch. Nein! No hoi, er hat unsere Combo abgebrochen. Wie konnte er das nur tun? Autsch. Autsch. Hey, das tut doch weh. Na komm. Um. So. Damit wird der auch geschafft. Und der andere auch. Leide, du bist weh. Okay. Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen hier rein. Schauen wir einfach mal. Mwap, 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 mwap. Oh, alter Platz. Den kennen wir doch auch noch. Gut. Die Tore werden wieder versperrt. Und wir schauen uns um. Wo wir am besten hingehen. Oh mein Gott, da kommt ein Pflanzen-Ding. Nein, doch kein Pflanzen-Ding. Ohne Pflanzen auf dem Kopf. Bum. Na komm, na komm. Alter, komm schon an. Stirb! Nein, er ist nicht gestorben. Oh mein Gott. Das war so klar. Was ist denn jetzt hier? Oh mein Gott. Der andere startet durch. Das ist nicht gut. Da. Komm schon. Komm her. So. Boom. Boom. So. Damit wäre das auch geschafft. Und wir suchen weiterhin den Weg nach draußen. Werden wir ihn finden. Wir werden es erfahren. Gehen wir mal hier rein. In den Lapisfluss. Zack. Zack. Da. 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 Das wiesenteil. Ui. Ganz viel rote Kugeln. Oh mein Gott. Die mag ich nicht. Ah ja. Ich glaube. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und zwar genau da. diesen Smog. Komm schon mal. Komm näher her. Damit ich dir da ja. eine Scheiße hier weg. Und den Park. So. Okay. Und jetzt. Bam. Ist klar. Ist klar. Gut. Dann gehen wir da einfach mal rein. Tal des Windes. Ja. Ich glaube, hier sind wir richtig. Und zwar müssen wir jetzt hier rein. Okay. Wie viel Leben. Oh nein. Das wollte ich doch gar nicht. So. Äh. Leben. Ja. Sieht nicht schön aus. Hier geht es jetzt nochmal zur Sache. Glaube ich. Oder auch nicht. Okay. So Leute. Und jetzt. Jetzt können wir uns daran machen. Hier ist ein rotes Teil. Was bedeutet, dass Dante draufkloppen kann. Versuchen wir mal, in einem Rang zu kommen. Das dürfte ja mit ihm kein Problem sein. Huff ich zumindest. Boom. Ganz schnell. Yay. Wir haben wieder ein Lebensstückchen mehr. Wunderbar. Da wir wieder vier. Ja. Lebensteilchen zusammen hatten. Und das lohnt sich eben. Wir haben einen Herzcontainer. So. Weiter geht's. Mysteriöser Wald. Den kennen wir doch auch noch. aus den Lachen-Sachgeschichten nicht wahr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Es wird alles wieder gut. Beruhig euch. Mensch. Na. Jetzt ist er mal gut hier. Na. Ich hab gesagt. Hey. Beruhig dich. Jetzt wird alles wieder gut. Oh mein Gott. Ja. Das hätte ich ja absehen können, dass der mich da jetzt... Oh mein Gott. Hey. 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 Immer langsam. Hier. Kumpel. Hey. Hey. Boah. Wie ich diese Pflanzen da hasse. Was der da hat. Das sind so Schließe. Das sind so gemein. So. Gut. Ich würde sagen... Ich beende jetzt den Part. Haha. Ha. Gut Leute. Wir sehen uns. Ups. Swordmaster. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao.